Okay, 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 3! Lange nicht mehr gezockt, aber einer ist immer noch dabei und zwar der David! Servus! Ich hab absolut keine Ahnung, wieso ich bei dem Penner da hinten... Ach, du bist auch hier? Ohohoho! Alter, was ist das für ein Idiot da im Panzer? Guck mal, der fährt nicht, der Homo, ey! Ich bin auch bei dem gespawrt! Ich lauf zu Fuß! Jaja, ich bin auch dabei hier, lass mal zusammenlaufen! Ja. Wir spielen hier, wie man leichter kennen kann auf der Map Sharky. Die Halbinsel, ich glaub, die war noch in keinem Part bisher dran. Hm, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hab ich mittlerweile mal ein ordentliches Internet. Jetzt kann ich keine Witze mehr über David schlechtes Internet machen. Aber dafür kann ich immer noch Saarland-Witze machen. Man kann keine Witze über Saarland machen, da Saarland ist ziemlich awesome. Saarland seh ich nicht. Ich bin dann vorbeigefahren auf meiner Urlaubsfahrt. Das war so ausgeschädert, aber ich hab es nicht gesehen. Und ich war heute auch ganz stolz, ich hab mal einen HD-Part in unter 24 Stunden hochgeladen. Was eine ganz schöne Leistung ist, dafür, dass ich heute einen 1080p-Part in 2 Minuten hochgeladen habe, nämlich das Commentary. Wie lang war denn das? War das auch 15 Minuten lang? Zehn. Boah, kill number one. Du hast denn schon einen gekillt? Ja. Kaum, ob ich mal... Boah, scheiße und ich bin tot. Ah, ich hab auch einen. Ich hab so lang kein Battlefield mehr gespielt, ich hab auch weggezockt. Ah, wie geil. Ich bin im absoluten Verliererteam und jetzt wechseln die mich. Jetzt bin ich schon Gewinerteam. Da weißt du natürlich auch, wer der erste ist, der dir jetzt aus dem Maul geben wird. Aber ich bin dafür leider in keinem Squad jetzt gerade drin. Bist du noch bei C? Äh, nein. So, hab ich da noch einen? Schreib mich einfach mal ein bisschen rum. Ich mein, die Runde können wir sowieso nicht mehr gewinnen. Also ich gewinn. Ja, 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 du bist doch ein Saarländer. Saarländer gewinnen sonst nirgendwo. Saarländer gewinnen immer. Bei der Gamescom nicht. Wieso bei der Gamescom nicht? Keine Ahnung. Wir haben doch nirgendwo gewonnen. Okay, ich bin auch kein Saarländer. Ich hab nur bei Battle of Honor gewonnen. Ich hab bei, äh... Ding, das ist bei Battlefield 3 gerockt. Ja, gerockt, aber nicht gewonnen. Nicht gewonnen, ja, weil irgend so ein Blödmann, äh... die ganze Zeit alles blockiert hat. Äh! Von hinten. Aber doch, Alex hat bei Far Cry 3 gewonnen. Der ist auch Saarländer. Ach! Alex zählt auch nicht. Ah, was? Wo ist der denn gewesen? Scheiße. Was hab ich denn für einen Ping? Ach, irgendwie gar nicht so einen guten. Alter, jetzt kommt ihr ja wieder voll zurück hier. Ja, ist ja klar. Jetzt wo ich hier drin bin und du im anderen Team. Wo ist denn... Wo sind denn hier die Leute? Die nehmen hier angeblich A ein, aber ich seh keinen Schwein. Hehehe, uh, ah, iiih! Ah! Mann! Ah, geil, da hat einer... Ja, was ist denn jetzt los? Ich kann hier... Hä, da ist irgendwas markiert, aber ich kann gar nicht mit der Javelin draufschießen. Ah, doch, jetzt geht's. Gut, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, äh, du nimmst das ja auch auf, oder? Ich nehm's auch auf, ja. Oh, so, mit der Javelin den Heli gefetzt. Zwei Kills. Lädst du das dann auch zeitlich hoch, oder kommt's dann wieder später? Äh, nee, nee, nicht zeitlich, weil ich hab noch ein paar Battlefield-Parts, die vorher kommen. Ich glaub, 14 Stück oder so. Aber, äh, die werden jetzt auch alle in der nächsten Zeit kommen. Also, weiß nicht, vielleicht in drei Wochen oder so kommt dann auch das hier auf. Ich werd hier grad hart beschossen. Und ich seh da schon wieder was markiert. Scheiße, schon wieder weg. So, und hier mal nen Bewegungsmelder. Dann passt das alles. So, wollen wir doch mal campen. Ja, so kenn ich dich. Oh, mein Gott, wie man hier Snipert, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Also, bei COD war ich ein besserer Sniper. Alter, ich wusste ja immer so krass wieder reinkommen. Das ist immer komplett was anderes. Und ich check grad gar nicht, wie der Typ ist, ey. Ich hasse das, wenn ich die Leute nicht finde. Soll ich mal den Panzer hier reparieren. Hab ihn getroffen. Hab ihn auch getroffen. So, jetzt kriegst du ein Fett weg, ja. Boah, war der knapp. Ach, scheiße. Ich wusste, er kommt da. Da wollte er mich von den Bessern, hat's nicht hingekriegt. Aber dann hat er mich trotzdem gekämmt. Boah, Mann, ey. Scheiße, ich hatte nicht so aus der Deckung rausgehend. Ich mach jetzt nicht noch mal den Fehler und Swanberg, einem Typ mit einem Panzer. Aber es klappt eigentlich nur ausgesprochen gut, dafür, dass ich so lange nicht mehr gezockt hab. Ich glaub, auch komischerweise eine positive KD. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich hasse hier bei D in diesen Häusern, ey. Alter, da find ich nie einen, ey. Mit den 100 Ebenen können immer überall sein, die Kerle. Boah, wie die fliegen. Schade, mittlerweile bin ich auch nicht mehr der beste Helikopterpilot. Warum gibt's hier eigentlich zwei Kampf-Helis, die Gegner haben? Das ist unfair. Mein Gott, von wo denn? Alle sind nur noch irgendwie Körnel... Was weiß ich, ich bin grad mal Körnel 1. Ja, ich bin Körnel 26 mittlerweile schon. Älter. Und ich hab noch nicht mal Premium. Du cheatest auch. Das müsste ich mir mal mittlerweile... Also, mittlerweile... Also, langsam mal zulegen. Ich hab nämlich richtig Bock, mal die anderen Maps zu zocken. Ja, witzigerweise hab ich mehr Premium gekauft und zock jetzt kaum noch Battlefield. Ja, jetzt, wenn ich wieder spiele, dann spielst du auch wieder mehr. Pass auf. What the fuck? Ah, shit! Hättest du hier auch ne Sekunde stehen bleiben können? Ich war grad voll konzentriert auf dem Panzer, der da irgendwo... Und hatte grad überlegt, soll ich die Javelin auspacken oder nicht? Aber hab's doch mal gelassen. Dann schießt du mich dann. Kommt doch gleich gar nicht. Zielt einer lang. Boah! Na. Verdammt. Was ist denn hier los? Wieso kann ich hier nicht hoch? Aha. Letzte Zeit hätt ich immer voll Bock darauf, dass mal wieder eine Gamescom ist. Ja, ne? Hab ich auch gedacht. Ja, das war echt so cool. Ich mein, dass wir bei der ersten Gamescom kommen, aber das war echt geil. Ja, find ich auch. Ist extrem schade, dass man die ganzen Leute immer nur einmal sieht im Jahr. Ja. Werde ich es bereuen. Ja, ich werde es sowieso bereuen. Kommt halt. Also ich lass es lieber... Hoppla, hoppla, hoppla. Shit. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Shit. Was ist das? Alter! Was machst du denn? Wie geht das denn? Alter. Alter, ich hab so hundertmal Prozent dir voll auf den Kopf geschossen, bevor du angefangen hast zu schießen, ey. Das war ein persönlicher Abschluss. Alter, Alter. Na, dafür war ich im Gewinnerteam. Das war es wert. Mann, war das unfair, ey. Na, aber du hast die bessere KD, Mist. Trotz allem. Ja, war ein kurzer Partner. An für sich schon. Ich hab gar nicht... Scheiße, ich hab gar nicht auf Jugo geguckt. Ja. Gut, dann ist das jetzt mal hier eine Ausnahme. Ein Shorty-Part sozusagen. Solltet ihr bisher hingeguckt haben. Aber dann machen wir, würde ich sagen, die nächste Runde noch einen längeren Part raus. Haut rein. Genau. Tschüss. Und zwar ein längeren Part rinden. Wenn das Rundenrobir Ich hab es hier drin, Ich hab alles mit einer Glocke,